Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lasst uns nach der Sommerpause mit einem sehr wichtigen, wenn auch nicht ganz so schönen Thema starten. Und zwar, wie können wir unsere Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen? Wie können wir unsere Kinder stark machen? Was können wir tun? Gleich vorneweg, ich bin keine Psychologin und keine Expertin, aber ich bin Mama von vier Kindern und habe im Laufe der letzten 17 Jahre, so lange bin ich schon Mama, an drei Vorträgen zu dem Thema Kinder vor sexueller Gewalt schützen teilgenommen. Einmal von der Berliner Polizei, zweimal von Experten, das wurde jeweils von den Schulen organisiert. Und ja, das würde ich heute gerne mit euch teilen, was wir Eltern da gelernt haben und für Wissen mit auf den Weg bekommen haben. Es ist nämlich ein Thema, das relativ häufig doch leider vorkommt. Jeder siebte bis achte Erwachsene ist in der Kindheit sexuell missbraucht worden mit einer wahrscheinlich noch größeren Dunkelziffer. Und deswegen lasst uns da heute drüber sprechen. Ganz wichtig, die Grenzen und die Privatsphäre der Kinder akzeptieren und respektieren. Und das geht schon ganz früh los. Zum Beispiel, ein Kind möchte Tante XY nicht küssen, dann wäre gut, wenn das Kind Tante XY nicht küssen muss. Oder ein Kind möchte sich nicht vor anderen umziehen, weil es vielleicht ganz früh schon eine Schamgrenze entwickelt, dann darf das genauso sein und das Kind sollte möglichst nicht gezwungen werden, sich vor anderen umzuziehen. Oder wenn Kinder aufs Töpfchen gehen, dann steht das Töpfchen manchmal noch im Wohnzimmer. Und das ist für viele Kinder in Ordnung und dann darf das auch so bleiben. Aber manche Kinder entwickeln einfach schon früh das Bedürfnis, sich für das Töpfchen privat zurückzuziehen, privat auf Toilette zu sein. Mein Kleiner auch, der sagt, der schickt mich raus. Ich soll zwar mitkommen, dann geht er auf Toilette und dann soll ich aber draußen warten. Und dann darf ich wieder reinkommen. Und das ist total legitim, dass die Kinder ihre Grenzen selbstständig entdecken. Die müssen auch nicht von außen drauf gedrückt werden, sondern selbstständig die Grenzen erkennen lassen und sich dann als Erwachsener danach richten. Dazu gehört übrigens auch, ein Kind nicht zum Essen zwingen. Natürlich, alles muss probiert werden, wir wollen keine Mäkelkinder. Nachtisch gibt es nur, wenn dieses und jenes aufgegessen wird. Das ist ein anderer Punkt. Aber dieses systematisch Kinder zum Essen zwingen, beispielsweise du bleibst da jetzt so lange sitzen, bis du alles aufgegessen hast, das ist so ein bisschen die alte Schule, die kann dazu führen, dass Kinder ihre Grenzen, die sie eigentlich haben und für die sie eigentlich gerade stehen, systematisch von Erwachsenen aberzogen bekommen, so dass dann die Möglichkeit leicht wäre, von außen an das Kind heranzutreten und sexuellen Missbrauch stattfinden zu lassen. Weil das Kind hat die eigenen Grenzen früh verlieren müssen. Und ein Kind kann schwer unterscheiden zwischen, eine Grenze wurde überschritten bei, ich muss jetzt etwas aufessen, was ich gar nicht kann und ich muss jetzt eine sexuelle Tat begehen. Das ist für die Kinder ja, die können ja noch vom Verstand gar nicht unterscheiden, welche Grenze ist jetzt die andere. Und wenn die Eltern ständig fordern, Grenzen zu überschreiten, können andere in diese Schneise leicht reinkommen. Wichtig, Privatsphäre genauso wichtig, frühzeitig akzeptieren und respektieren, wenn Kinder Privatsphäre wollen, Kinder nicht hinterher schnüffeln, nicht in den Tagebüchern lesen, also Gott, außer das ist jetzt ein Riesenproblem. Nee, aber grundsätzlich eigentlich nicht anklopfen beim Reingehen, wenn sie dann älter werden. Also da wirklich, und das gilt auch andersrum, Kinder auch dazu bringen, die Grenzen und die Privatsphäre der Eltern zu achten. Das hat was mit einem respektvollen Umgang innerhalb der Familie zu tun. Beispielsweise, meine Kinder hatten ganze Zeit Spaß, mir immer auf den Popo zu hauen, weil der dann so schön wackelt und dann hau, hau, hau. Und ich fand das auch eine ganze Zeit lang witzig. Als das dann aber draußen stattfand, fand ich es nicht mehr witzig. Und da musste ich wirklich meine Kinder beiseite schnappen und ihnen erklären, dass das zu unterlassen ist und ich möchte das nicht draußen. Und ich wollte es ab dann auch nicht mehr zu Hause. Ich fand das nicht mehr witzig. Und die Kinder haben das natürlich respektiert und umgesetzt. Und genauso ist es, wenn jetzt, manche Kinder werden ja noch sehr lange gestillt und die neigen ja dann auch dazu, sich zu bedienen in der Öffentlichkeit. Und wenn es die Grenzen der Mutter überschreitet, dann als Mutter gerne authentisch dazu stehen und die Grenze setzen. Denn wenn Kinder lernen, dass Erwachsene ihre Grenzen auch nicht setzen, wenn sie etwas stört und Kinder merken, was Erwachsene fühlen, dann im Umkehrschluss schauen sie sich das Verhalten ab von den Erwachsenen. Dann fällt es ihnen schwerer, ihre eigenen Grenzen authentisch zuzugeben. Gefühle ernst nehmen, das geht auch ganz früh los und gilt bis ins Erwachsenenalter. Gefühle ernst nehmen, das Bauchgefühl ernst nehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch die Kinder dahin begleiten, ein gutes Bauchgefühl zu bekommen. Klassisches Beispiel, Kind fällt hin, es blutet nicht und wir Erwachsenen denken, vielleicht Mensch, das war nicht so schlimm. Das Kind weint und es ist dann immer gut, das Kind zu trösten und nicht dem Kind aufzudrücken, dass das doch nicht so schlimm wäre. Oder du hast doch keinen Grund zu weinen, das ist doch nicht so schlimm. Das sind wirklich No-Gos, denn für das Kind war das nun mal ein Schreck und das Kind hat in dem Moment das Bedürfnis zu weinen oder hat Schmerz oder was auch immer und wir Erwachsenen nehmen die Gefühle ernst. Das heißt nicht, dass wir daraus ein Drama machen müssen, Kind fällt hin und der Erwachsene wird panisch. Oh Gott, was ist passiert? Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Eher ruhig bleiben, bei sich bleiben und dem Kind erlauben zu fühlen, was es fühlt und zu trösten und dabei zu begleiten. Manchmal wollen Kinder nicht mit anderen spielen oder mit anderen mitgehen und haben dabei ein komisches Gefühl. Das auch gerne ernst nehmen und auch bei sich selber, wenn wir, während wir mit den Kindern sind oder generell, während wir ein schlechtes Bauchgefühl bei einer Sache haben, versuchen authentisch in der Situation im Einklang mit dem eigenen Bauchgefühl zu handeln. Kinder schauen sich unser Verhalten ab. Und wenn wir oft gegen unser Bauchgefühl handeln, Dinge tun, die sich für uns unstimmig anfühlen, dann schauen sie sich dieses Verhalten ab. Keine Gewalt Kindern gegenüber, das ist natürlich selbstverständlich und ist genauso eine Straftat wie sexuelle Gewalt. Aber Gewalt gegen Kinder, sei es übrigens auch extreme verbale Gewalt oder körperliche Gewalt, ist eine Einflugsschneise für sexuelle Gewalt. Denn Kinder, die es gewohnt sind, Gewalt zu erfahren, die lassen auch andere Formen von Gewalt leichter zu. Blödes Thema und das ist eigentlich selbstverständlich für uns alle hier im Kanal. Ich sage es einfach trotzdem, weil es immer wieder groß beschrieben wurde und da ist auch gar nicht mit gemeint, wenn man mal sauer ist und mal schreit. Aber wenn das zum durchgehenden Tonus innerhalb der Familie wird, dann ist es schwierig für Kinder. Geheimnisse, nächster Punkt, keine Geheimnisse haben. Gerade wenn Kinder jung sind, sollten sie keine Geheimnisse mit anderen haben. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass wenn zwei Kinder im Sandkasten spielen und sich irgendwelche Geschichtchen erzählen, das sind ja auch keine echten Geheimnisse. Es geht eher darum, dass eher so Kleinigkeiten vorgebeugt werden müssen. Also beispielsweise, du hast gesagt, es gibt kein Eis. Der Onkel ist mit dem Kleinen dann im Zoo und kauft heimlich ein Eis und sagt dann dem, weiß ich nicht, Vierjährigen, aber nicht der Mama erzählen, das Eis bleibt unter uns. Vorsicht bei sowas. Das geht genau in die falsche Richtung und verhindert die Offenheit der Kinder den Eltern gegenüber. Gerade wenn es anfängt mit Dingen, die Spaß machen. Wenn es anfängt mit den Geheimnissen und so fängt es meistens an, Dinge, die Kinder toll finden und schön finden. Wenn sie diese mit den Eltern nicht teilen dürfen, aus dem einfachen Grund, dass ein Geheimnis mit einer dritten Person vereinbart wurde, kann das dazu führen, dass diese Geheimnisse dann eines Tages nicht mehr schön sind und dann da eine große Hürde entsteht, sich dem Kind diese Geheimnisse zu erzählen. Also Geheimnisse eigentlich gar nicht bei kleinen Kindern. Und ja, ältere Kinder, die haben natürlich untereinander kleine Geheimnisse. Es sollte aber grundsätzlich, und das ist auch der nächste Punkt, ein Gefühl von Offenheit in der Familie sein. Die Kinder müssen groß werden mit einem Gefühl, sich immer mit den Eltern unterhalten zu können. Sie sollen immer den Eltern alles erzählen dürfen. Und manchmal stören ja Kinder, weil man gerade zu tun hat und sie kommen an und plappern. Und manche Kinder, ich weiß das selber, die sind Plappermäuler und plappern die ganze Zeit. Und dann neigt man manchmal dazu, zu sagen, jetzt ist mal Schluss. Nichtsdestotrotz sollten Kinder diesen offenen Draht zu den Eltern, der ist ganz, ganz wichtig. Und im Idealfall werden Kinder so groß und sind so gestrickt, dass sie plappernd alles den Eltern erzählen. Und durch dieses lückenlose Erzählen würde sofort auffallen, wenn etwas nicht stimmt. Manche Kinder sind ein bisschen verschwiegener. Zwei meiner Kinder, oder eigentlich eins meiner Kinder, erzählt auch nicht von sich aus alles. Da habe ich mir dann angewöhnt, viel nachzufragen. Ich habe dann auch in dem einen Vortrag dann an Eltern, als Eltern Fragen stellen durften, mal gefragt, inwiefern das denn richtig ist, dass ich so viel nachfrage. Weil eins meiner Kinder eben nicht so gerne so viel erzählt. Wie war das Essen gut? Wie war die Schule gut? Was hast du gemacht? Nichts. Und bei diesen Kindern ist es wichtig, nicht zu viel zu fragen, weil sie ja sowieso nicht die richtigen Antworten geben. Also dieses, wie war es Essen gut? Wie war es in der Schule gut? Das sind ja keine echten Antworten, sondern das sind pflichtbewusste Antworten. Und da ist es wichtig, dass die Kinder nicht zu oft in die pflichtbewussten Antworten gehen, damit die pflichtbewussten Antworten nicht irgendwann benutzt werden, um Tatsachen zu verschleiern. Sondern da ist es wichtig, einen Zugang zu finden, wenn dieses Kind dann redet. Zuhören. Nicht dann in dem Moment, es geht gar nicht anders, dann abwimmeln, weil man selber gerade keine Lust hat. Also es ist ja manchmal so ein Pingpong. Wir Erwachsenen wollen was wissen und wünschen uns, die Kinder erzählen, dann erzählen sie nicht. Und dann wollen die Kinder manchmal erzählen, da können wir nicht. Und bei diesen Kindern ist es total wertvoll, dann zuzuhören. Nicht ins Wort fallen, nicht unterbrechen. Plappern lassen. Plappern lassen, Kinder plappern lassen, ist ganz, ganz wichtig, wenn Kinder viel plappern können. Manchmal führen Kinder ja auch so Selbstgespräche, gerade wenn sie noch klein sind. Schön Selbstgespräche führen lassen. Das ist total gesund für deren Psyche. Und Kinder, die gewohnt sind, viel zu reden, haben es auch leichter, sich anzuvertrauen. Zu reden, was in ihrem Inneren vorgeht. Selbstbewusstsein unserer Kinder. Stärken. Selbstbewusste Kinder sind sichere Kinder. Und das geht ganz früh los, indem Kinder früh Geborgenheit bekommen als Baby. Dann indem kleine Erfolgserlebnisse zugetraut werden als heranwachsendes Engelchen. Gerne auch die Videos im Kanal zum Selbstbewusstsein von Babys, von Kleinkindern, von Kindernstärken einmal anschauen. Aber im Großen und Ganzen sind das wirklich das Gefühl, Dinge zu können und das Gefühl, sich in der Familie zurückzuziehen zu können und die Akkus aufladen können. Also Geborgenheit von zu Hause und Erfolgserlebnisse im Außen. Geborgenheit schafft die Erfolgserlebnisse von innen. Dieses Gefühl von Sicherheit, die Erfolgserlebnisse im Außen, die sind ganz wundervoll, beispielsweise im Sport oder im Spiel mit den Freunden. Ein schöner Freundeskreis ist gut für Kinder. Oder auch in den Hobbys bei einem Instrument. Oder Tiere schaffen Selbstbewusstsein. Also Haustiere sind eine große, stabile Stütze für Kinder. Und ja, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, das war jetzt so das Große und Ganze. Bitte gerne vervollständigen, wenn ich was vergessen habe. Bitte unbedingt in den Kommentaren austauschen. Das ist so das Ganze, was wir dem Kind mit auf den Weg geben können. Und dann gibt es natürlich noch einen Teil, den wir Erwachsene machen können. Und zwar sind da, ist das für die Sicherheit unserer Kinder Sorgen, indem wir sie natürlich keinen Gefahren aussetzen, die nicht altersgemäß sind. Oder auch, indem wir aufpassen, was wir für Content von unseren Kindern im Internet hochladen. Ihr wisst ja, ich bin da ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich habe meine Kinder noch nie im Internet gezeigt. Auch die Namen nicht genannt. Und versuche da, obwohl ich ja Mama-Bloggerin bin oder Mama-YouTuberin bin, so respektvoll und diskret mit meinen Kindern umzugehen wie möglich. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich weiß, viele machen das anders. Aber möchte, weil wir ja heute nun mal über dieses Thema sprechen, und das ist ein wichtiger Punkt in dem Thema, Vorsicht beim Teilen von Informationen mit euren Kindern im Internet. Und dann ist noch etwas, und da überlege ich gerade, ob ich dazu ein extra Video mache, weil es geht darum, das hat nämlich auch immer dazu gehört, aber ich schneide es mal an. Wenn es euch mehr interessiert, könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, und dann können wir dazu vielleicht ein extra Video machen. Vielleicht erklärt sich das aber auch ganz leicht von selber. Und zwar, dass man mit Kindern durch Situationen einmal mental durchläuft oder auch mal einmal durchspielt. Zum Beispiel, Kinder müssen ganz klar wissen, sie dürfen nicht mit Fremden mitgehen. Man muss auch mit Kindern einmal eine Situation durchspielen, dass ein Fremder kommt und sagt, er wurde von der Mutter geschickt. Da muss man mit dem Kind, da bietet sich ja dieses Passwort an, das werden viele von euch schon mal gehört haben, dass man ein Familienpasswort ausmacht, beispielsweise, keine Ahnung, Sonnenuntergang. Ein Fremder, der sagt, ich bin dein verschollener Cousin und ich soll dich jetzt abholen. Und dann sagt das Kind, na ja, Moment mal, was ist denn das Passwort? Und dann weiß der das gar nicht, weil der ja nicht von der Familie kommt. Also, so ein Familienpasswort ab einem gewissen Alter wäre das ganz toll. Das Thema, mit Fremden nicht mitzugehen, ist wichtig, dass sie auch wissen, wie sie sich wehren, wenn jemand Fremdes sie beispielsweise packen möchte. Dass Kinder einmal richtig schreien lernen, Hilfe rufen lernen, dass sie wissen, für uns ist das so normal, dass wir um Hilfe schreien würden. Aber ein Kind, manche machen es intuitiv und manche würden stumm bleiben, ja? Also, einfach einmal durchsprechen und einmal durch, wie laut würdest du schreien? Schrei mal so laut du kannst, genau so musst du schreien, ja? Jetzt ist mir noch was eingefallen, nämlich, die meisten sexuellen Straftaten passieren innerhalb der Familie und gar nicht von Fremden. Das heißt, dieses Mitgehen von Fremden ist ein wichtiger Punkt, grundsätzlich sowieso, aber wenn wir über dieses Thema sprechen, sexueller Missbrauch, dann die meisten Vorfälle sind in der Familie, von bekannten Personen und, was für mich auch immer eine neue Information war, häufig auch von Frauen. Also, es ist nicht ein Thema, was man Männern einfach so aufstülpen kann, sondern genauso auch Frauen. Ja. So, ihr Lieben. Ich glaube, wir sind für heute fertig mit dem Thema. Ist doch einfach gut, Bescheid zu wissen. Und manchmal muss man da auch durch so ein saures Apfel-Video durch. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf euren Austausch. Ich freue mich auf euch nächsten Freitag wieder. Ich habe euch ganz doll vermisst über die Sommerpause. Bis dann. Ciao. Und nicht vergessen, du bist die beste Mama für dein Kind. Ach, du bist auch der beste Papa für dein Kind. Wir überlegen uns mal einen neuen Spur. Ich freue mich auf euch.